moin moin freunde in der sonne und ja willkommen in tiefster nacht bei creativerse ok grundriss für die felder für das feld ist gemacht hier in der mitte ist es irgendwie noch sehr duster so finde ich ich weiß ehrlich gesagt nicht ob es hier ist wie in minecraft wo das weizen gewisses lichtlevel braucht wenn ja bin ich gefickt dann muss ich mir noch was einfallen lassen aber auf jeden fall will ich jetzt erst mal einsehen so ich weiß gar nicht wie viel ich brauche und das wird erstmal dauern alter vater 6789 felder habe ich richtig gezielt 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 6 mal 9 54 wir fehlen zwei weizensamen ist nicht euer ernst moment und ich mache erst mal das ganze den ganzen acker umgraben das ist bei minecraft schöner muss ich sagen ein rechtsklick mit der hacke und das feld ist fertig das hier das ja ich hoffe es bleibt dann wenigstens auch so im hintergrund meldet sich gerade meinen drucker auch schön ich das ist nicht dass gleich die ganzen felder wieder unbrauchbar sind weil keine ahnung innerhalb von fünf minuten oder was nichts gepflanzt wurde wenn ich ein bisschen kacke na ja pflanzen wir mal lieber was so du nicht sonst habe ich überall wird gepflanzt hier das ist echt noch verbesserungswürdig aber ich weiß ehrlich gesagt nicht ob creativerse noch mit patchen versorgt wird ich befürchte es bald nicht ne weil ich überlege gerade creativerse ist von exolot ich weiß es jetzt gar nicht aber ich glaube von den selben die auch warft entwickeln ne und gibt es ja auch auf meinem kanal warft ne kleiner eigenwerb zwinker zwinker deswegen glaube ich ehrlich gesagt nicht dass hier bei creativerse noch großartig was kommen wird na mal gucken so und das letzte feld einmal kann her damit wieso habe ich jetzt zwei über ich würde doch 54 ausgerechnet 52 hatte ich vorher ne wenn ich mir die ganz schwer und 52 plus die zwei die ich eben hergestellt habe sind 54 das heißt ich müsste eigentlich bei plus minus 0 sein aber ne ist überall was gepflanzt ja gut das ist einmal das dann ja was mache ich mit der pilze erst mal platz schaffen gehen wir mal bis hier vorne hin ist alles weg so dann machen wir hier neben noch eine kleine pilzfarm weg weg so wäre ja theoretisch auch ich kann hier theoretisch theoretisch einen durchgang machen quasi noch eine tür prophylaktisch einfach ich kann es ja überspringen aber und dann kommt hier eine pilzfarm hin meinetwegen moment einmal ein bisschen sand noch weg machen hier ja wie viel brauche ich bräuchte quasi eine bahn pro pilz sage ich jetzt mal ich habe drei pilzsorten das heißt wir machen hier kommt der zaun eine fläche gehen erster pilz wasser oh man danke mit du scheiß ruckler erster reihe pilze wasser so hier auf der gehe ich drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn so nächste reihe pilze wasser pilze wasser pilze wasser pilze reihe zum gehen zaun so also muss der sand hier nochmal weg weg habe ich gesagt achso ne doch der muss auch weg pilze wasser pilze wasser pilze aus dem rand und der rand so so und genau hier kommen der ding ins kirchen zaun drauf habe ich wasser noch drin hier natürlich nicht so wasser erde lassen wir erstmal drin ähm moment ich brauche zäune jede menge zäune und fans so gate puh da brauche ich ja gar nicht mal so wenig für woodward twine woodslap äh woodward twine moment woodslap woodward so nochmal okay damit kann ich acht herstellen jeweils acht sechzehn lassen wir das erstmal so hier kommt nach da mann wieso drücke ich dauernd tab mann m Oh, komm. Ehh. 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 Moment. Aha. Pilz, eine frei, da. Okay, mir fehlen noch ein paar. Acht. Ah, ich weiß nicht, ob acht reichen. Ich glaube es nicht. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Schade. So, mal gucken. Hier kommt ein Dingens hin. Hier kommt auch noch ein Tor hin. Aber ich brauche trotzdem noch zwei. Schade, schade. So, was brauche ich hierfür noch? Stoneward. Okay. So. Stoneward. Stoneward. Oh, falsche Truhe. Ehh. Ehh. B-b-b-fence. Eins. So. Eins. Zwei. Spielen nach oben. Immer drücke ich Tab. Söhle. Jut. In Fort. So. Hier bauen wir die Pilze an, indem ich Wasser drin habe. Mh. 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 Ja, super. Das klappt ja super mit dem Zaun. Dass die Viecher draußen bleiben. Mann, die machen ja wahrscheinlich noch nicht mal was kaputt. Aber dafür ist dieser Zaun nicht gedacht. Mann ey. Das sind so Sachen, da frage ich mich warum Warum muss das sein So Danach haben wir hier wenigstens eine schöne getrennte Farm Also einmal Weizen, einmal Pilze Haben hier einen Durchgang auch zu der Truhe die wir eigentlich nie brauchen, aber nö So Moment, Wasser kann eigentlich auch da mit rein So Guter Pilz Moment 36, ne so viele brauche ich ja gar nicht Äh Wo sind sie denn jetzt So Okay Roter Pilz Kann nach da Oh Der Weizen wächst Der Weizen wächst Dann brauche ich noch die und die Hä? Moment So, hier nicht Zack Äh 4 6 7 8 9 10 Und ich habe Hallo Sag mal Hallo 7 8 9 10 So So Ne Leck mich du Nudde Okay Was brauche ich dafür? Stein und Stonewood habe ich Obsidian und Stone Und dafür Obsidian brauche es auch ein bisschen Naja So, Stone Egal welcher Stone Wahrscheinlich nicht Hier Warft So Leck mich Stone Äh Was war hier? Obsidian Das Zeug So Moment Was haben wir hier alles? Das kam wieder rein Das Und das Dann Das Zeug Nach da Hier Das ist mal nach da Äh Bop 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 Dann habe ich noch wieder Monstergedöns Muscheln Gut Ähm Ich habe das Gefühl, ich habe jetzt gerade irgendwas vergessen Ne, die Plow habe ich gemacht Ist hier auch schon ausgerüstet Jo Dann los Zwei noch Zwei noch Und die Glowing Mushrooms Hä? Was zur Hölle war denn das jetzt schon wieder? Mh Man, echt, das Spiel könnte So gut So gut sein Also Machen wir uns nichts vor Eine wirkliche Alternative zu Minecraft Nein Punkt Ne Aber es hat seinen eigenen Charme Muss ich ja ganz ehrlich sagen Sonst hätte ich nicht schon ein paar Teile davon gemacht Aber es ist halt Ne, da sind so ein paar Sachen drin Vor allem diese Mikro Mikroruckler Da frage ich mich Warum eigentlich Warum Zum Fick Muss das Muss das denn noch im Spiel drin So Freunde der Sonne Ihr sollt euch Verpissen Das gilt Auch für dich Ja, jetzt falle ich da runter Danke So, dann machen wir hier auch noch Ein paar Fackeln Da habe ich ja eine Hier auch wieder neben die Türen Hier genauso So Pilze sind gesät Weizen ist gesät Jo Sieht doch mal halbwegs Nach einem bischen geordneten Farmwesen aus Jut jut So Damit Ja Ist diese Folge auch schon wieder vorbei Die letzten beiden Folgen Jetzt nicht so viel gemacht Außer hier mit ein bisschen Tunzeug angebaut Sag ich jetzt mal grob Hm Was war das? Egal Aber muss ja auch mal sein Wenn es euch gefallen hat Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein Lasst ein Abo da Vergesst nach dem Abonnieren nicht Die Glocke zu aktivieren Bla 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 Und schaut eventuell mal im Livestream Auf Mixer oder auf YouTube vorbei Link ist unten in der Videobeschreibung In diesem Sinne hoffentlich Bis zum nächsten Mal Haut rein Euer Schule Bis zum nächsten Mal 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 Bis zum nächsten Mal